Anahita! Was hat das zu bedeuten? Ich hatte nicht vor, dich zu töten, Sargon. Misch dich nicht ein. Geh mir aus dem Weg! Was zur Hölle war das? Immer noch ein Kind. Ich finde dich, Rassan. Das Schwertgefuchtel war nicht nur zur Schau. Das war's für ein Kind. Was ist so, was ich angenehme? Das ist so, was ich angenehme. Ah! Anahita, was ist hier los? Sargon, wer war das? Habe ich da Anahita gesehen? Ist sie beteiligt? Ja, ist sie. Zweifellos. Varam, sammle deine Truppen. Ihr brecht sofort zum Berg Kaff auf und rettet Prinz Hassan. Adashir und seine Soldaten sind unterwegs. Wir brauchen jede Hilfe. Wir enttäuschen euch nicht, Majestät. Findet ihn. Findet meinen Sohn. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.